Also heute probiere ich mal einen ersten Flug mit meiner kleinen Mustang. Ich habe eine Kamera montiert, das Wetter war perfekt, bis auf die Biso wieder angefangen hat. Es bereicht mich schon jedes Mal, wenn ich hier rauskomme und auf das Flugfeld, dass der Wind gerade aufzieht. Ist zwar im Moment noch nicht so stark, aber ich nehme jetzt mal den Flieger raus und schaue mal, was passiert. Ne一点 Flieger rauskomme. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, das war nichts. Schade.